Musik Musik So, du gehst drauf Wir machen uns einfach hier ein bisschen bisschen Action mit Dingens hier, ne? Weißt du Bescheid? Feind 25 Meter Halt in diese Seite! Halt in diese Seite! Naja Wir gehen bestimmt hin, oder? So Ich hab immer so das Gefühl, die kommen ja vielleicht von oben alle runter gesprungen Hm Und nur? Fahrzeug nähert sich! Ja, sehe ich, ist ein Truck Scheiße, das Ding kommt runter! Wo rück? Mach das Ding alle! Schieß! Alter Alter Da war ich jetzt ein bisschen überfordert Scheiße Wtf, warum? Ey, was müssen wir machen, wenn das Ding runterkommt? Da draufschießen, oder was? Fahrzeug nähert sich Ja, sehe ich, ist ein Truck Scheiße, das Ding kommt runter! Zurück! Mach das Ding alle! Schieß! Wow! Ja, und der steht Oh Mann Ohne diese Kacke wäre mein Leben Oder wir müssen ganz schnell durchrennen Eins von beiden Probier mal die Taktik mit dem durch mit dem schnell durchrennen Fahrzeug nähert sich Ja, sehe ich, ist ein Truck Scheiße, das Ding kommt runter! Zurück! Mach das Ding alle! Schieß! War eher weniger klug gerade War eher weniger klug Fahrzeug nähert sich Ja, sehe ich, ist ein Truck Scheiße, das Ding kommt runter! Zurück! Mach das Ding alle! Schieß! Was zum Henker ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung Aber gefällt mir Alles klar Alle Einheiten, Ihr Tomahawk Wir machen uns bereit das ganze zu beenden Haltet durch Alter, ich fall immer hier runter Endlich die US-Unterstützung Halleluja! Ich will hier rein Hm? Alter, wie es dir aussieht Oh mein Gott Ist das nicht das Flugzeug von vorhin? Warum steigen Sie ein? Moment mal, warum glüht das Flugzeug? Das Flugzeug glüht? Nein, nein, nein! Runter! Oh Oh Alter Alter Scheiße Scheiße Bin ich tot? Ich glaube, die haben gerade die Waffe getestet Die Skalarwaffe muss in dem Flieger sein Ne Ich will das alles nicht Ja, weiß auch nicht Ich bin fast geneigt, Haggett zuzustimmen Was zum Henke Ist eigentlich los mit euch? Preston Das ist eine Nummer zu groß für uns Wir sollten verschwinden Verschwinden? Wohin denn? Nach Hause? Das wird's bald nicht mehr geben Gar nichts mehr wird's geben Sweetwater Das war's? Dann warst du vielleicht doch nicht der Richtige für Special Ops Kaum fängt die Kacke an zu dampfen, machst du dir die Hose Sarge? Lassen wir es doch einfach sein Hm Okay Gut Dann zieh ich's eben allein durch Nein Preston, tust du nicht Und ihr beide Ihr hört jetzt Malo zu, los Gebt euch nen Ruck Sweet Das ist doch interessant, Mann Willst du nicht wissen, wie das endet? Du hast doch schon mal interessant Hacks, komm schon Keine T-Bone Stakes, wenn du jetzt gehst, Mann Ja Nie wieder AR-15 Munition im Supermarkt Nie wieder Unbefugte auf deinem Grundstück erschießen können Nie wieder Braten mit Soße Keine Superbowls an Tage mehr Nie mehr Dallas Cowboys Cheerleaders Scheiße, das reicht Auf den Weg Ich geh jetzt die Cheerleader hätten Tja, Force Multiplayer Äh Multiplayer, was laber ich? Ich bin schon ein bisschen gedanklich am Arsch Leise Ja, alle Geräte sind tot Seht euch den ganzen Ist an gruselig Glaubt ihr Kirilenko ist in dem Vogel? Kann sein, wir müssen das so oder so stoppen So Sorry, dass ich gerade Ein bisschen abwesend war Und kurz auch noch am Bandit haben musste sein Ähm Ich wollte gerade sagen Tut mir leid Aber ich musste gerade kurz über was Was über WhatsApp klären Denn äh Irgendwie wollte gerade eine Freundin Von mir noch Das kann auch noch in Esslingen Mit ein paar Und so Und bla 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 Aber ich habe jetzt auf jeden Fall Vor aufzunehmen Oder Lust aufzunehmen Und daher können sie sich meine Anwesenheit in den Arsch schieben So Alter Ohne Spaß jetzt, ne Das sind Leute Alter, Alter So schnell geht's noch ein Ding kaputt Das ist keine massive Bauart Alter, ohne Wir müssen hier irgendwie nach vorne kommen Wir müssen hier irgendwie nach vorne kommen Ich probier's mal hier durch Alter Ich sollte nach vorne kommen und nicht verrecken Komm schon Hau weg die Scheiße Nicht mich Weghauen Also man sieht auch so ultra viel Hat eh nicht getroffen So Du gehst drauf Okay, mittlerweile ist das Haus auch kaputt Du gehst noch drauf Wir gehen jetzt mal darüber wieder Komm schon Hier durch Ich komm hier nicht durch So komm schon Wir gehen mal hier entlang Weil ich habe nämlich auch eine Panzerfaust Das heißt mir kann niemand was Naja Das heißt niemand ist übertrieben Aber Können wir auch nicht durch? Warum komm ich hier nicht durch? Bin ich so fett oder was? Oh, sowas gibt mich auf die Eier Sowas gibt mir richtig tierisch auf die Eier So Na ja komm dann Ist halt eben jetzt hier Action gesagt, gefragt Gesagt, getan Geht doch jetzt einfach drauf Wie wärs denn? Du gehst drauf Mein Kollege geht drauf Dann könnt ihr euch zusammen noch einmal im Kram umdrehen Und dann Okay, irgendwie Von wo? Von wo? Hallo? Von wo denn? Ich weiß nicht von wo Ja, ich bin dabei Komm schon Wir penetrieren jetzt, okay? Du bist tot Du bist tot Ja, ich bin dabei Komm schon Wir penetrieren jetzt, okay? Du bist tot Du bist tot Du bist tot Alter Ohne Spaß Ohne Spaß jetzt Wenn dieser verkackte Nebel nicht so extrem Dann würde man ein bisschen sehen können, wenn man hinschießt Ja, aber so ist es ja echt richtig, richtig schwer Geht rauf Bitch Na, alles klar bei dir? Guck mal weiter hier rennen Weiter hier rennen Nee So, komm schon So, langsam muss doch mal dieses grausame Kacken hier vorbei sein, oder? Oh mein Gott Alles klar Nicht optimal Nicht optimal Nicht optimal, sagte ich Alter Alter, ich möchte nicht drauf gehen Ich möchte nicht drauf gehen Habe ich gesagt Noch nicht jedenfalls Alter Wir haben mal jetzt eine Granate rüber Scheiße Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt spawne Leise Nee, oder? Ja, alle Geräte sind tot Nee, oder? Seht euch den ganzen Scheiß an, gruselig Boah, Alter, wie weit Ich sag jetzt nach vorne kämpfen müssen Leck mir dann ein Eier, ne Okay, wir machen das jetzt kurz Ich glaube, ich habe auch ein bisschen so die falsche Waffe Aber ich finde das im Geh eigentlich voll geil Willkommen, ihr geht erstmal drauf jetzt da oben Du gehst erstmal drauf jetzt Ich dachte, er ist wieder aufgestanden Diese Kage geben auf die Eier hier So Geh drauf Komm schon Na los So So Was willst du, ne? Du bist weg Hier oben sind alle weg, das ging ja relativ schnell, muss ich sagen So Gehen wir hier rüber Mal hier rüber Ihr seid weg Dieser liebe Panzerfuzzi hier, der dumme, ist auch weg Du bist fast down Ne, du stehst wieder auf, ne? Ja, aber du bist ein dummes Gesicht Opferwurst Kopf Alles So Alles klar Die sind jetzt mal drauf gegangen, das ist schon mal ganz gut Äh Das bessere ist natürlich, dass die da hinten auch gleich drauf gehen werden Und zwar die, wo wir gerade eben versagt haben Aber es hat ja gar nicht so lange gedauert, bis wir jetzt wieder hier sind Also davor haben wir irgendwie relativ lange gebraucht, weil ich ein bisschen defensiv vorgehen wollte Aber das hat nicht wirklich so gut geklappt Deswegen erstmal eine Granate reinwerfen wir in die Scheiße Noch eine Granate reinwerfen wir in die Scheiße Dann kommt noch eine Granate rein Dann kommt noch eine Granate rein Die Scheiße Hier Da bringe ich mir die Linie an getroffen Das ist natürlich geil So Ähm Ich weiß echt noch nicht, wo ich jetzt hinschiebe Hier drauf Dann kommt gleich der nächste oder was Wir gehen wieder drauf gleich Wir gehen wieder drauf gleich Hab ich aber eigentlich nicht vor Ich fände es ganz geil, ein bisschen länger zu leben als da Kollege, pass auf Mann, 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 Mann Wie machen wir das denn? Das ist so schwer gerade Also schwer nicht, aber diese Auch diese Deckungen, ey Ohne Spaß, die sind ja teilweise voll für den Arsch Komm, du gehst drauf Du gehst drauf Du gehst drauf Weil du eine Granate wirfst So Noch mehr Feinde, wo denn? Kurz nachladen, bitte So, und jetzt rushen wir ein bisschen nach vorne, würde ich sagen Leute Was war das denn jetzt gerade, bitte? Habt ihr das gerade gesehen? Der läuft in mir vorbei Guckt mich an Na, guck mal, das ist ein Gegner Ich lauf mal weiter What the fuck What the fuck Alter, der hat mich mal angeschossen oder sowas Okay, da war ich jetzt ein bisschen verwirrt, muss ich sagen Ich renne einfach mal hinterher hier den Leuten nach vorne Die werden schon wissen, was sie tun, hoffe ich mal Bei der Absicherung kommen wir nie alle rein Wir geben Feuerschutz, ihr geht vor und wir kommen schnellstens nach Ja, fast Uno, due, tre, quattro, djenge So Zwo Okay, ich komme gerade, ich komme nicht klar mit dem Spiel Nicht mal minimal komme ich gerade klar mit dem Spiel Das ist echt richtig schlimm Warum habe ich den Typ nicht gesehen? Er war direkt rechts neben mir Das war jetzt echt ein bisschen suboptimal Aber gut, immerhin wurde hier gespeichert Sonst hätte ich jetzt nicht mal was neu gemacht Ähm, du bist jetzt erstmal weg Du bist weg Und dein Kollege Wer hier drüben chillt Hallo Hallo Ne, irgendwie doch nicht Hier drüben